Hallo Leute, heute gibt es für euch die Funke Gold Swope im Test, gekauft im Pyroladen, hat 20 mm Kaliber, brennt 13 Sekunden und wir haben sie für 12 Euro im Pyroladen gekauft und es gibt sie aber auch im Internet zum Teil billiger. Was man sagen muss, wir haben sie irgendwie anscheinend an der falschen Zündschnur angezündet, deswegen geht es direkt mit dem Finale los und irgendwie ein, zwei Schüsse haben auch quer geschossen. Weiß nicht woran das liegt, vielleicht weil es die falsche Zündschnur war, eigentlich darf das nicht passieren, trotzdem viel Spaß beim Test. Ja, gut, sie schießt halt in die andere Richtung, aber 11 Euro kann man machen. Ja, gut! Ja, gut! Ae! 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 Ae!